Darum darf ich jetzt ganz herzlich bitten von der österreichischen BBG, Uwe Flach, der uns näherbringt, wie es in einer solchen zentralen Einkaufsstelle zu uns hergeht. Bitte sehr. Marc, vielen Dank für die einführenden Worte. Erstmal vielen Dank an Rika und Marc für die Einladung, dass wir heute hier unsere Erfahrungen aus Österreich mit Ihnen teilen dürfen. Wir wollen Ihnen nicht erzählen, wie das funktioniert, funktionieren kann, sondern eigentlich ist die Idee, Impulse zu geben und Anregungen zu geben. Also Impulse geben, natürlich auch gerne stehen der Gerhard und ich dann hinterher für Fragen zur Verfügung. Titel haben wir dieser Session gegeben, der heute, glaube ich, schon sehr oft relevant war. Einer für alle und eigentlich sollte der zweite Teilsatz sein, alle gemeinsam. Die Frau Bertschi hat das heute Morgen, glaube ich, weiß ich nicht, wie oft wiederholt zusammen. Wir können viele der Probleme, Herausforderungen nur zusammen lösen und wir möchten Ihnen heute zeigen, wie wir das in Österreich organisiert haben im Sinne der zentralen Beschaffungsstellen. Und anschließend gleich an den Vortrag von Lara und Rika, was wir gesehen haben, soziale Nachhaltigkeit Audits. Jetzt überlegen Sie sich, wie wollen Sie das umsetzen? Die zentrale Frage dahinter werden sein Kosten. Wer trägt die Kosten dafür? Jetzt überlegen Sie sich, Sie machen das dezentral. Jede Beschaffungsstelle will das, muss das umsetzen. Es ist Wahnsinn. Wir können nicht alle Audits in den Produktionsstätten machen dezentral, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir das gemeinsam machen? Welche Mechanismen brauchen wir dafür? Wie können wir Kosten teilen? Und das werden wir wahrscheinlich nicht mal nationalstaatlich lösen können, sondern ich glaube, das müssen wir in einigen Bereichen sogar europaweit, wenn nicht international lösen können. Ganz kurzer Exkurs, bevor ich anfange. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das wissen, was eine zentrale Beschaffungsstelle im EU-Recht ist. Also die EU definiert EU-Richtlinien für die Vergabe und dort ist direkt definiert, was kann eine zentrale Beschaffungsstelle auf nationaler Ebene in einem EU-Mitgliedsstaat? Und das ist eigentlich ganz interessant. Also wir können nationale Beschaffungsstellen einrichten und was ist deren Auftrag? Das ist auf der einen Seite natürlich klassisch Beschaffung, Verträge, Rahmenvereinbarung verhandeln, aber ganz wichtig ist der zweite Teil, Nebenbeschaffungstätigkeiten. Und das ist, glaube ich, der große Hebel und der Mehrwert, den zentrale Beschaffung oder eine kollaborative Beschaffung liefern kann. Wir haben traditionell immer zentrale Beschaffung, Bündelung und Vorteile über Mengen und so weiter im Hinterkopf, aber ich glaube, es gibt wesentlich mehr Aspekte, die eine zentrale Beschaffung hier als Vorteil für die Gesellschaft erreichen kann. Ganz kurz, wie ist das in Österreich zustande gekommen, dass es dort eine zentrale Beschaffung wie die Bundesbeschaffung gibt. 2001 hat sich die Regierung, das Parlament Gedanken gemacht, wie können wir effizienter einkaufen und bestimmte Hebel in der öffentlichen Beschaffung nutzen. Und man hat 2001 per Gesetz die Bundesbeschaffung ins Leben gerufen. Wir sind keine Verwaltungseinheit, sondern wir sind ein ausgegliedertes Unternehmen, organisiert als GmbH, sind also keine Beamten oder Bediensteten des Bundes, sind aber natürlich im Eigentum der Republik Österreich, und als Vertreter der Republik ist das Finanzministerium für uns zuständig. Das heißt, das ist schon mal eine Grundsatzentscheidung gewesen, wie organisiere ich zentrale Beschaffung als eine Organisationseinheit in einem Ministerium mit allen Vorteilen, aber auch Nachteilen, was die Struktur einer solchen Organisation angeht und vor allem auch die Struktur dann der Mitarbeiter, Experten. Wir haben gehört, welche Einschränkungen es da teilweise im öffentlichen Bereich gibt. Also wir sind als GmbH organisiert. Am Anfang ganz klarer Auftrag, Bündel, Bedarfe, IT, Mobilität, versucht über die Mengenrabatte bessere Konditionen für die Bundesverwaltung zu bekommen. Am Anfang Bundesverwaltung, sprich in unserem Kontext Ministerien und nachgelagerte Institutionen. Relativ schnell hat man festgestellt, da ist ein Hebel drin, das hat Mehrwert. Warum machen wir das eigentlich nur für die Ministerien? Wir haben andere öffentliche Auftraggeber, wir haben Länder, wir sind auch ein föderaler Staat, wir haben Gemeinden, Städte, wir haben den Gesundheitsbereich, wir haben die Universitäten, wir haben Kommunalbetriebe, alles öffentliche Auftraggeber und wir haben den Kundenkreis erweitert in Österreich. Ich habe gesagt, Bundesverwaltung, Ministerien verpflichtend den Service der BBG nutzen. Alle anderen öffentlichen Auftraggeber hätten auch einen Mehrwert, dürfen ihn freiwillig nutzen, wenn sie davon überzeugt sind. Das haben wir gemacht und haben dann angefangen, unsere Services zu erweitern und zu sagen, okay, neben der reinen Vertragsabwicklung, Ausschreibung, bieten wir auch andere Services an, haben angefangen, einen E-Shop ins Leben zu rufen. Das heißt, wir haben auch einen Auftrag, effiziente Verwaltung sicherzustellen. Das heißt, wir haben elektronische Tools in den Markt gebracht, über die wir unsere Prozesse abwickeln können. Das heißt, wir haben uns von einem Vertragsentwickler eigentlich zu einem Partner entwickelt und sind dann in einen Modus gekommen, wo wir immer größere Bedeutung auch hatten bei der Umsetzung von strategischen und politischen Zielen. Und eins davon ist die Nachhaltigkeit, da wird der Gerd nachher noch etwas darüber berichten. Das heißt, diese Themen sind immer wichtiger geworden zwischen dem klassischen oder neben dem klassischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, wir verstehen uns heute als ein Lösungspartner der öffentlichen Hand. Wir machen wesentlich mehr als nur Bedarfe einzusammeln und dann das, was angefordert ist, auszuschreiben. Sondern wir greifen viel früher in den Prozess ein, haben eine strategische Rolle und das ist eigentlich wie in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft, in einem guten Unternehmen, wo ist der Einkauf angesiedelt, in einer strategischen Funktion. Also er kommt nicht erst ins Spiel, wenn ich weiß, was ich beschaffen möchte, sondern schon viel früher bei der Gestaltung der Produkte, der Dienstleistungen, Beachtung von nachhaltigen Aspekten bei dem Thema Innovation. Das heißt, Eigenkauf fängt viel früher an, als wenn der Bedarfsträger kommt und sagt, das ist mein Produkt. Deshalb heute sind wir Lösungspartner. Was bedeutet das in unserem Kontext? Wir haben seit Bestehen der BBG über 3.500 Vergabeverfahren durchgeführt. Vergaberechtssicherheit natürlich immer ein Riesenthema. 99 Prozent unserer Verfahren waren erfolgreich. Also es wurden mehr beeinsprucht, aber ein Prozent wurden dann negativ zu unseren Gunsten entschieden. Ganz wichtig ist, wer sind unsere Kunden? Und ich habe es Ihnen vorhin gesagt, der Bund, sprich die Ministerien sind verpflichtet, unseren Service zu nutzen. Heute haben wir ungefähr ein Abrufvolumen aus unseren Verträgen von drei Milliarden Euro und Sie sehen dort, 59 Prozent dieses Volumens wird von Organisationen abgerufen, die nicht verpflichtet sind, per Gesetz bei uns abzurufen. Das heißt, die tun das freiwillig aufgrund der Vorteilhaftigkeit unserer Rahmenvereinbarung. Und das ist sicherlich ein wichtiges Markenzeichen. Wie haben wir das geschafft? Natürlich, am Anfang ist die Überzeugungsarbeit, Bund, Länder, Gemeinden, andere Institutionen in diesen Service reinzubringen, sehr hoch. Das heißt, wir sind teilweise auch Klingelputzen gegangen, wie man so schön sagt. Sprich, wir mussten raus in die Fläche, mussten die Kunden überzeugen oder die potenziellen Kunden, dass wir einen Mehrwert schaffen können. Aber wir mussten auch den Markt überzeugen. Jetzt stellen Sie sich vor, auf einmal gibt es eine zentrale Beschaffungsstelle, KMU-Strukturen, die sagen, was die bündeln jetzt alle Bedarfe, seid ihr wahnsinnig? Wer soll da noch mitbieten können? Also auch das war ganz wichtig. Kommunikation, Überzeugungsarbeit und dann natürlich gute Rahmenvereinbarungen abschließen und Zusatz-Services anzubieten, sodass wir genau diese Zielgruppe auch bei uns als Kunden gewinnen konnten. Und heute haben wir über 2600 öffentliche Auftraggeberorganisationen, die unseren Service nutzen. Und das sind halt fast alle Gemeinden in Österreich mittlerweile, alle Bundesländer, alle großen Städte, die Universitäten, die Gesundheitseinrichtungen und so weiter. Was ist eigentlich unser Ziel, unsere Vision? Wir haben eine sogenannte Zielarchitektur, die wir definieren und die spiegelt eigentlich das wider, was ich gesagt habe. Es geht nicht nur darum, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen, das sind die sogenannten Wirkungsziele, sondern ganz wichtig, und das ist natürlich auch Fokus von heute, sind strategische Beschaffungsziele und darunter verstehen wir halt die Themen Nachhaltigkeit, KMU-Strukturen, Innovation und Regionalität. Und wir haben natürlich auch ein Wirtschaftlichkeitsziel. Wir sind eine Non-Profit-Organisation, haben aber trotzdem den Auftrag, unternehmerisch, kaufmännisch, unternehmerisch zu agieren. Das heißt, das sind unsere Ziele, nach denen wir auch handeln. Und jetzt können Sie sich vorstellen, die sind Konflikte. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, gleichzeitig das innovativste Produkt mit der größten Nachhaltigkeit, das wird sich irgendwo beißen. Das heißt, das sind die großen Herausforderungen, die wir auch tagtäglich lösen müssen und auch, glaube ich, in den meisten Fällen gut lösen können. Hier ist nochmal eine Übersicht zu den nachhaltigen Themen und zu den strategischen Zielen, also der gesellschaftspolitischen Verantwortung. Das Thema Nachhaltigkeit wird der Gerhard nachher gleich nochmal näher beleuchten. Innovation ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Auch dafür haben wir eine eigene Kompetenzstelle bei uns. KMU-Strukturen habe ich schon erwähnt. Das heißt, wenn wir all diese Ziele erreichen möchten und in all diesen Feldern aktiv sein wollen, haben wir natürlich ein gewisses Spektrum an Lösungsansätzen und an Geschäftsfeldern, die wir anbieten. Das ist natürlich auf der einen Seite die klassische Beschaffung. Das heißt, wir machen im Auftrag unserer Kunden Ausschreibungen, installieren oder implementieren Rahmenvereinbarungen, Verträge, aus denen die öffentliche Hand abrufen kann. Das ist unser Kerngeschäft. Darüber hinaus, um die anderen Ziele zu erreichen, bieten wir E-Procurement-Lösungen an und die gehen ganz stark auf zwei Bereiche. Das eine ist Effizienz und Effektivität in der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, dass auch öffentliche Verwaltung im Bereich der Beschaffung effizient, idealerweise automatisiert Prozesse abwickeln kann. Und das Zweite ist, die sind unerlässlich für das Thema Controlling. Auch Auditierung, Umsetzung von sozialen oder anderen Beschaffungskriterien. Wie wollen Sie das überprüfen, wenn Sie keine strukturierten Daten haben? Also E-Procurement-Lösungen alleine reichen auch nicht, sondern Sie müssen sich gesamtheitlich auf idealer Weise auf europäischer Ebene einigen, in welchen Datenstrukturen erfassen wir das Ganze. Und dann können wir es automatisieren, können es durch Prozesse bringen und die Lösungen dahinter zur Verfügung stellen. Also deshalb ganz wichtiger Bereich. Und der dritte Bereich ist die Beratung und hier ganz oben haben wir die Innovation und die Nachhaltigkeit. Das heißt, das sind zwei Kompetenzstellen, die von den Ministerien in Österreich installiert und auch finanziert werden, die aber operativ bei uns in der zentralen Beschaffung angesiedelt sind. Das heißt, finanziert, initiiert von Ministerien. Damit es aber umgesetzt werden kann und die sogenannten PS auf die Straße gebracht werden kann, hat man sich überlegt, wo können wir das operativ ansiedeln, damit auch wirklich die öffentlichen Beschaffer davon, von diesen Kompetenzstellen profitieren. Und da war der Schluss nahe, dass wir das in der zentralen Beschaffung in Österreich tun. Darüber hinaus machen wir noch weitere Beratungsaktivitäten, haben auch ein Vergabekompetenzzentrum, zum Beispiel, wo wir kostenlos öffentliche Auftraggeber in Österreich beraten. Ganz kurz unser Portfolio. Ich sage immer, wir beschaffen alles, außer Militärgüter, Bau und Infrastruktur ist auch nicht in unserem Portfolio. Ansonsten eigentlich alles, was Sie sich in der öffentlichen Verwaltung vorstellen können, ist in unserem Portfolio zur Verfügung. Das sind die Top 5. Und Sie sehen, IT, Telekommunikation, ich glaube nicht überraschend, auch unsere Top-Beschaffungsgruppe, für die wir Rahmenvereinbarungen für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Was ist also das Erfolgsgeheimnis der BBG? Wir sagen immer, es sind drei Komponenten, Marktkunde, Vergaberecht. Vergaberecht ist, glaube ich, jedem klar, das müssen wir irgendwie meistern, obwohl eine Vergabestelle nicht mehr wie früher hauptsächlich aus Juristen besteht, sondern damit wir die anderen zwei Aspekte Markt und Kunde erfüllen können, brauche ich halt keine Juristen, sondern das, Entschuldigung für alle, ist nicht gegen die Juristen, aber wir brauchen mehr als das. Markt, wir haben das heute Morgen auch schon mal gehört, Experten zu finden, ist ganz schwierig. Wenn ich als Betriebswirtschaftler gehe und mit einem Anbieter von Reinigungsdienstleistungen spreche, werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Der spricht eine andere Sprache, ich kenne seine Produkte nicht, ich kenne die Kultur nicht. Das heißt, bei uns in der Organisation sitzen im strategischen Einkauf, also die Menschen, die zum Beispiel Marktanalysen machen, Marktdialoge führen, die Produktspezifikation machen, die kommen aus der Industrie. Bei uns sitzt im Bereich der Reinigungsdienstleistung und der Mobilität, ich glaube, kein studierter Mitarbeiter, die kommen aus der Industrie. Das sind sozusagen die Dieselbrüder und Schwestern, die wirklich die Mobilitätsbranche kennen, die die Hersteller kennen, die die Händler kennen, die die Sprache sprechen. Also das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir erfolgreich sein wollen und professionell einkaufen wollen, brauche ich diese Expertise, Industrieexpertise. Und das Gleiche hilft dann natürlich bei den Kunden, weil der Kunde kommt und sagt, ich brauche Microsoft, wie heute Morgen. Nein, wir wollen nicht Microsoft ausschreiben, sondern idealerweise machen wir das funktional und auf den Anforderungen basieren. Aber dafür brauche ich einen Experten, der das hinterfragen kann, der das richtig strukturieren kann. Das kann auch nicht der Jurist machen, der irgendwie das Vergaberecht vor Augen hat. Also in diesen beiden Bereichen ganz wichtig, dass wir dort Experten haben und diese Kombination natürlich mit dem Vergaberecht ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt überlegen Sie sich das, wenn Sie das in Einzelorganisationseinheiten dezentral alles sicherstellen wollen, wird es relativ schwierig werden, so viel Kompetenz aufzubauen und auch so viele Experten zu finden. Auch das widerspricht für einen kollaborativen Ansatz, finden wir zumindest für die wichtigsten komplexen Beschaffungsgruppen eine gemeinsame Organisation, die das sicherstellen kann. Ein weiteres Beispiel hatten wir heute Morgen auch schon häufiger, Professionalisierung. Es gibt, ich glaube, in der Schweiz gibt es ein Ausbildungspfad von Procure Schweiz, glaube ich, wo es so eine Art Berufsbild für den Einkäufer gibt. So etwas gibt es in fast keinem anderen europäischen Land, auch nicht in Österreich. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir unsere Mitarbeiter ausbilden, weiterbilden, damit sie ihren Job sauber und effizient machen können. Und wenn wir über Professionalisierung sprechen, sehen wir das in verschiedenen Dimensionen. Natürlich Personal, Mitarbeiter fällt jedem ein. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch unsere Organisation und Prozesse professionalisieren. Weil was bringt es mir, wenn ein Mitarbeiter top ausgebildet ist, aber der Prozess in meiner Organisation und die Abläufe und auch die anderen Organisationseinheiten nicht professionell strukturiert sind, dann verpufft das. Also dann kann er auch als Individuum nicht professionell arbeiten. Und der dritte Bereich, ganz wichtig, Wirtschaftsteilnehmer. Wir müssen unsere Bieter ausbilden, informieren, mitnehmen auf die Reise. Es wird alles immer komplexer und auch die müssen wir professionalisieren. Im Sinne von Teilnahme an öffentlichen Beschaffungsvorgängen. Und ganz wichtig, Politiker müssen wir professionalisieren. Die müssen verstehen, was bedeutet Beschaffung. Was kann Beschaffung? Wir werden nicht alle politischen Ziele und Herausforderungen über die Beschaffung lösen können. Also auch das muss die Policymaker-Ebene verstehen, bis zu welchem Grad ist der Einkauf ein Hebel und relevant und wo brauchen wir andere Mechanismen, um bestimmte gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen. Aber wir müssen natürlich auch unsere Nachprüfungsbehörden professionalisieren im Sinne von, die müssen verstehen, was ist Einkauf, was steht da nicht nur im Gesetz, sondern wie kann das angewendet werden, was bedeutet das in der Praxis. Also deshalb Professionalisierung, verschiedene Bereiche. Als Beispiel hier, wie machen wir das bei Personal in der BWG? Wir haben eine relativ breite sogenannte Public Procurement Academy. Was ich hier herausreben möchte, ist unser Zertifikatslehrgang. Das heißt, wir haben einen ISO-zertifizierten Lehrgang entwickelt für unsere eigenen Einkäufer, den wir gemeinsam mit der TÜV-Auswehrakademie umsetzen. Sehr erfolgreich, wo wir in einem knapp sechswöchigen Programm unsere eigenen Mitarbeiter ausbilden. Und dort werden sie entlang des Einkaufsprozesses ausgebildet. Heute morgen hatten wir das Thema, wie mache ich eine Marktanalyse, Marktdialog, Markterkundung. Das ist da drin in dem Programm. Bis hin zu, wie mache ich Vertrags- und Qualitätsmanagement. Wie kann ich Audits machen? Natürlich noch unterlegt mit anderen Softskills. Aber das machen wir intern. Und ein Beispiel für die Professionalisierung von der europäischen Ebene ist ein europaweites Trainingsprogramm, was wir jetzt als BBG zum vierten Mal jetzt durchführen dürfen. Das heißt, ein Trainingsprogramm, wo wir vier Trainingsdurchgänge in den nächsten Jahren für zentrale öffentliche Beschaffer aus Europa organisieren dürfen. Und das ist finanziert von der Kommission, weil auch Professionalisierung bei der Europäischen Kommission als strategisches Ziel ganz oben steht. Und hier gehen wir auch ähnlich wie bei dem internen Lehrgang über den gesamten Beschaffungsprozess. Alle Aspekte, nicht nur die Fachaspekte, sondern auch Softskills bis hin zu Verhandlungsskills werden in diesem Trainingsprogramm geschult. Leider ist die Schweiz nicht eligible für die Teilnahme von öffentlichen Beschaffern an dem Programm, was ich sehr schade finde. Es sind 38 Länder, glaube ich, die eligible sind. Aber ein sehr, sehr spannendes Programm. Mark hatte auch schon mal die Ehre, bei einem Abschluss auch eine Keynote zu halten. Wirklich ein faszinierendes Programm und schade, dass wir das nicht in der Schweiz anbieten dürfen. Als Fazit, ja, kollaborative Beschaffung bietet einen Mehrwert, kann Vorteile bringen. Ich habe das mal so aufgeteilt. Die ersten drei sind eher so die klassischen. Economies of Scale, jeder kennt das. Effizienz und reduzierte Transaktionskosten. Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist natürlich die Bereitstellung von Tools, aber jetzt überlegen Sie sich Ausschreibungsverfahren, wie viel die kosten. Zeit, und viele kleinere Beschaffungseinheiten brauchen Anwälte und so weiter, um Beschaffungen durchzuführen. Das heißt, auch diese Kosten, wenn Sie das zentral machen, müssen Sie mit einrechnen in den Mehrwert und den Wertbeitrag einer zentralen Beschaffungsstelle. Der dritte Bereich ist Rechtssicherheit und Risikominimierung. Jetzt überlegen Sie sich, Sie müssen das Vergaberecht 25 Mal im Detail wissen, weil 25 verschiedene Vergabestellen da sind. Oder Sie haben zentral ein Team von Rechtsexperten, die nichts anderes machen, den ganzen Tag, als die Beschaffungsaktivitäten zu unterstützen. Auch dort haben Sie natürlich eine Kompetenz, die Sie aufbauen können, die Sie dezentral nie in dieser Tiefe und Breite sicherstellen können. Und natürlich Vermeidung von Korruption. Compliance ist auch ein Thema. Dezentral das zu überwachen, viel schneller das Risiko, dass irgendwo etwas passieren kann, wenn Sie das zentral organisiert haben, zumindest für die kritischen Bereiche, ist das sicherlich positiv. Professionalisierung haben wir gerade gesagt. Als Beispiel Umsetzung politischer Ziele, werden wir gleich vom Gerd noch hören, wie wir das in Österreich machen, ist sicherlich ein Riesenmehrwert, wenn ich das über eine zentrale Organisation zumindest unterstützend bereitstellen kann. Und für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, der letzte, Beschaffungscontrolling. Wir in Österreich wissen nicht, was unser Beschaffungsvolumen ist insgesamt, das öffentliche. Es gibt Schätzungen, aber es gibt keine genauen Zahlen. Wir wissen ungefähr, also wir wissen, was wir ausgeschrieben haben im Oberschwellenbereich, aber das heißt ja auch nicht das, was wir ausgegeben haben, weil Ausschreibung hat einen Beitrag, aber wie viel tatsächlich abgerufen, verrechnet wurde, gibt es keine zuverlässigen Zahlen. Und das heißt, wie wollen wir auch auf nationalstaatlicher Ebene effizient steuern, wenn wir bestimmte Bereiche nicht im Sinne der Daten und Fakten vorliegen haben. Also deshalb, auch da kann natürlich eine zentrale Beschaffung einen großen Wertbeitrag leisten über die Vereinheitlichung von Daten, Bereitstellung von Prozessen, von Tools und so weiter. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte, die Vorteile von zentraler Beschaffung. Und ja, unser Slogan ist einfach Lösungen schaffen. Also wir sehen uns nicht als Vertragserrichter, sondern ich glaube, wir haben strategisch einen wesentlich größeren Hebel in der öffentlichen Beschaffung. Und deshalb glauben wir daran, dass gemeinsam zu tun ist das Beste. Und am Ende des Tages haben wir alle mit Steuergeldern zu tun. Und da kann nicht die eine Organisation sagen, na, ich will da nicht mitmachen oder dort mitmachen. Am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel, Optimierung von Steuergeldern und nicht Eigeninteressen im Sinne von Eigenwirtschaftlichkeitsinteressen der Organisationen, zumindest nicht in der öffentlichen Verwaltung. Von daher vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn es direkt Fragen gibt, bitte gerne. Ansonsten glaube ich, kommt der Gerhard und gibt noch ein paar Einblicke, wie wir das in der Nachhaltigkeit genau machen. Ganz herzlichen Dank. Eines vorab, eine Frage musst du mir noch kurz beantworten, bevor du hier verschwindest. Und zwar, wie habt ihr das geschafft, im föderalen Kontext Akzeptanz für euer System zu schaffen? Also ich sage für das heimische Publikum, selbst wenn wir die Rechtsgrundlagen hätten dafür, wäre das eine echte politische Herausforderung. Das kann man sicher so sagen. Der erste Vergaberechtsreformentwurf ist im Juni 2009 an föderalem Widerstand gescheitert. Das ist für uns ein Riesenthema. Und so wie du das erzählst, ist es irgendwie, funktioniert einfach. Kannst du das vielleicht noch in zwei Sätzen? Im Detail kann ich es nicht erläutern, weil ich selber persönlich nicht in dem Prozess dabei war am Anfang. Was ich weiss, ist natürlich, auf der ersten Ebene gab es in Österreich natürlich einen sehr starken politischen Willen, das so durchzusetzen. Das war, glaube ich, der Türöffner für die Ministerienebene. Wir haben relativ schnell Erfolge vorweisen können. Das heißt, wir haben nicht nur geredet und auf dem Papier ein Konzept gehabt, sondern konnten vorweisen, wie konnten bestimmte Mehrwerte geschaffen werden durch die zentrale Beschaffungsorganisation. Und dann war es, glaube ich, ein wirklich kontinuierlicher Kommunikations- und Überzeugungsprozess gewesen. Also das ist nicht auf dem Papier und aus dem Büro in Wien heraus passiert, sondern wirklich unsere Geschäftsführungen beide und auch die entsprechenden handelnden Personen sind von Landeskonferenz zu Landeskonferenz gefahren. Wir haben ein starkes Vertriebssystem. Also wir sind aufgestellt eigentlich wie ein Salesbetrieb auch, ein Vertriebsteam, was sich um Marketingkommunikation auch mit kümmert und wirklich vor Ort ist. Also wir haben Vertriebsleute, die fahren von Gemeinde zu Gemeinde, von Land zu Land. Gibt es für jeden Kundenbereich einen eigenen oder mehrere Betreuer. Was auch ganz wichtig ist, wir haben unsere Kunden natürlich auch versucht zu clustern. 2600 Kunden, die können sie nicht alle mit dem gleichen Service bedienen. Also auch das ist sicherlich strategisch wichtig zu schauen, was sind sozusagen meine Key-Kundengruppen, wo muss ich anfangen, wo muss ich ansetzen, wo finde ich auch die positiven Influencer, wie man so schön heute sagt. Also ich muss natürlich auch die richtigen Leute finden, weil wenn wir ehrlich sind, Beschaffung in ganz vielen Bereichen und das, was wir tun in der strategischen Umsetzung, hängt an handelnden Personen. Es sind natürlich auch strukturelle Themen, aber ganz häufig hängt es an den Personen und ich glaube, da haben wir gute Arbeit geleistet, haben viel in die Kommunikation investiert und der Gerhard kann sicherlich jetzt auch aus dem Nabe-Bereich, also dem Nachhaltigkeitsbereich noch Beispiele bringen, wie schaffen wir es jetzt, dass zum Beispiel dieser Aktionsplan auch von Organisationseinheiten umgesetzt werden, die nicht per Gesetz verpflichtet sind, das zu tun. Das gelingt uns auch und da wird der Gerhard sicherlich ein paar Beispiele bringen und ich glaube, die kann man dann auch anwenden auf dieses grundsätzliche Thema, wie schaffen wir das, so etwas aufzusetzen und aufzubrechen. Und ja, es ist ein föderaler Staat und es ist verdammt schwierig und geht nicht von heute auf morgen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020